Kunden wollen Service, Kunden brauchen Service und sie brauchen vor allem einen besseren Service, wenn sie in Kontakt mit dem Unternehmen treten. Per E-Mail, per Chat, per Telefon, Multi-Channel-Kommunikation heißt das Wort der Stunde und dafür braucht man normalerweise ein sogenanntes Contact Center. Wenn es aus der Cloud kommen soll, dann muss man wissen, welches wählt man eigentlich aus, nach welchen Kriterien. Und genau darüber reden wir in unserem Computerwoche-Webcast in Zusammenarbeit mit Enfon und JTEL. Contact Center-Lösung aus der Cloud. So geht Service. Registriert sich doch einfach jetzt.